ahoi moin moin und hallo willkommen beim spiel path of exile ich bin hier unterwegs mit meinem bro dem knoppers und wir haben hier schon ein zwei ich glaube zwei quests gemacht haben ein paar sachen schon im inventar ich habe konkret vergessen die aufnahme anzumachen also tut mir leid aber ab der stelle geht es jetzt weiter wir sind es gerade unterwegs wollen ein paar glüfen einsammeln und die dann zurückbringen zum lager und ich würde sagen los geht's so ich glaube es einmal so gut geht mal den weg vor ich weiß jetzt gerade ja nicht wo es lang geht ich weiß auch nicht wo es lang geht aber ich rate jetzt einfach mal okay dann rate mal genau wie man sieht sind wir hier auch schon mal lang gekommen weil da liegen schon ein paar items rum aber die haben wir liegen lassen weil wir natürlich viel besser drauf sind mal gucken wir mal kurz identifizieren identifizieren maximum mana 16 und neuen fire resistance hilft nicht auf jeden stimmte waldet überdinger mit mit dem ganzen a4 blatt voll jetzt dazu stimmt das stimmt ok so ein gauntlets matts ja genau da sind wir richtig da sind wir richtig chapeau ich ziehe meinen hut sehr schön nicht getroffen so mal gucken dann wollen wir mal ein paar glüfen absahnen das ist nämlich aktuell noch unsere aufgabe so jama noch ein paar verschiedene gegner dass ihr die auch mal seht ja hier gibt schon ein paar so mal gucken die kommen erst mal aus der erde gekrochen und da kriegen sie von knoppers schon mal eine aufgebrannt gerade an die sonne gekommen schon ein sonnenbrand so die klatschen wir alle um kein problem der chest meine absoluter müll also ich hab das gefühl früher war an den fässern auch mal noch was drin wie jetzt gefühlt gar nichts mehr hallo genau lang zu ihr sagt sagt sehr schön so und hier muss man einfach mal von quer nach schief rennen das war alle liefen finden also einfach random irgendwie umlatschen da ist so nest aber da war nix drin ach so okay dann waren wir hier schon alle klar okay dann könnt ihr auch mal ruhig was besonderes fallen lassen rüftverklappen also wirklich nicht doch was ich hau die male weg hier ist nämlich nicht aufgefallen dass auch das golden war was war gold okay so jede glüfe also jedes nest da war auch keine glüfe drin dummerweise dann machen wir da auch schon die glüfe die leiten denn den krisis für sie den schocken kannst ja mal gucken ob das braucht ist wieder du sich aus die macht viel zu wenig schaden und alles okay also momentan bin ich recht zufrieden mit der waffe hoch die also die schild okay da können wir vielleicht noch mal was bessere kommen aber 4040 amore bisher habe ich nicht bessere die sehen also noch muss ich mir ein paar meter begleiten so kommen du kriegst ohne eine du kriegst urina und du auch sag sag na komm hier bist du und schön ja das wieder das was mich bequatscht schenkt er mich auch ok 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 Und die haben nur hier die Nester versteckt. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach rumrennen und dann... Oh, Special. Special Vogel hier. Ein Oosbeck Bloom. Aber jetzt hat er verspielt. Er hat gute Schuhe reinlassen. Briggs Wild Shield, das haben wir schon. Jo, ich gucke mal die Boots an. Blinded Shield. Aber das ist schon so kaputt. Naja, aber das könnte ich ja mal identifieren. Moment. Ja, die sind mit Mana. Das ist für mich ganz gut. Mhm. Gucken. Hier zum Maximum Life. Empire Resistance. Und sie haben ein... ...ein... ...dings... ...einen grünen Slot. Sprich, ich habe meinen letzten Zauberstruch. Ah. Mein Viper Strike. Ach, genau. Den von hier kriegst du. So, das kann welch... Den kann ich nicht. Den kann ich nicht einfach so machen. Sprich, ich denke mal... ...du brauch ich schon Gegner. Ach so, okay. Mach schon. Weil die anderen, die kann ich auch so casten. Ja, ja, ja. Guck. Gut, na, dann gucken wir mal weiter... Äh? War das so? Dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen noch ein paar Glyphen. Glyphen. Breaking Some Eggs. Genau so heißt... ...die Quest hier. Hä? Ich kann keinen. Ich kann den Zauberspruch nicht machen. Hä? Keine Ahnung. Kannst du den erst ab einem bestimmten Level machen? Oder? Ne, ne. Der ist ja auch drin. Hm. Wollt auch eigentlich richtig viel Schaden machen. Ist halt traurig. Sagst du noch mal was für dich? So, ein Orb. Genau. Gucken wir mal. Ach so, oh. Ne, warte. Ich renne mal nicht weg. Oh, okay. Okay. Alles klar? Hat es was gebracht? Ne, nicht wirklich. Glyphen. Oh, Glyphen. Ah. Glyphenwand? Feinste Glyphs in a Rower. Hä? Und jetzt müssen wir die da drinstecken, oder was? Habe ich gerade schon gemacht. Ach so. Und jetzt müssen wir wieder zurück das abgeben. Na, warte mal. Zack. Und zack. Äh, da fallen die wieder raus. Die fallen wieder raus. Na, na, na. Wiss ich nicht, was muss ich da machen? Ich habe einfach draufgeklickt. Auf Strange Cliff Wall. Ja. Okay, und dann? Ich bin da einfach draufgeklickt und dann waren die drin. Wie viele hast du denn? Zwei. Aber hier. Siehst du, ich droppe die dann. Siehst du denn? Ne, sehe ich bei mir nicht. Wie viele hast du? Zwei? Zwei, ja. Ammonit und Haliotis. Ja, okay. Du musst versuchen, weil du brauchst drei. Ah, so, okay. Ich hatte schon alle drei. Aber du irgendwie nicht. Keine Ahnung. Oh, die können wir uns hier auch noch merken. Das Submerged Passage. Der wird uns nachher sowieso noch machen. Ja. Okay, na, dann gucken wir mal. Dann brauche ich noch eine Glöpfe. Keine Ahnung, wo ich die schon her hatte, die dritte. Ah, naja. Dann suchen wir mal. So, nee. Da wollen wir nicht hin. Da ist eine Chest. Und totaler Mist drin. Ey, wieso hat die hier immer für den Müll abladen? Gut, hier ist nix. Ey. Das ist ja im Prozent, wo noch Gegner sind. Wahrscheinlich, ja. Nee, da gehen wir ja komplett zurück. Ach. Schidi. Wir sind Gegner. Aber jetzt die Frage, sind die wieder gespawnt? Oder waren die vorhin noch gar nicht da? Oder sind wir hier nicht lange gelaufen? Guck mal hier hinten. Sind noch ein paar. Okay, na, dann wird hier bestimmt irgendwo in der Nähe so ein Nest sein. Die kloppen wir alle um hier. Simple Rope. Braucht kein Mensch. Chest mit nix drin. So, jetzt langsam zieht es sich aber mit dem Leveln, ja? Naja, das stimmt. So, Wine Circled, was ist das? Energy Shield 7. Gönn dir mal. Oder, brauchst du dich? Nee, brauchst du dich nicht mehr. Ich pack's mal kurz ein. Warte mal. Äh, macht das andere? Ah, nee, nee. Chamberlain macht, äh, 20. Ich hab ein Nest gefunden. Ja, warte, 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 komm gleich. Hier ist ne Chest, hier ist ne Chest, hier ist ne Fest, aber natürlich nix wo drinnen. Hier ist wo? Unten, okay. Äh, Rosäusglyph. Ah, okay. Jetzt ab zu Glyph, äh, Glyphwall. Oh, na, dann. So. Wollen wir mal sehen. Oh, 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 ich hab was gefunden. Ach so, nee. Naja, das war doch vorhin schon, das wolltest du mir doch andrehen. Okay. Hab ich doch gesagt, danke, aber nein, danke. Okay, blau, sind die Schlümpfe. Pass auf hier. Ist der Papa Schlumpf? Ja, hier, Papa Schlumpf. Zack, ich hab Papa Schlumpf in der Niedzeung. Jetzt noch mal. Iron, äh, Iron Greaves, Rusted Coif. Ah, okay, nehme ich mit. Pass auf, das muss ich nicht erst mal identifizieren. Lightning Resistance, was war das andere? Ach nee, oh, nee, da war ja so ne tolle Kappe. Äh, hier, vielleicht, äh, wiss ich ja nicht. Musst du mal gucken. Ich hab hier erst mal, nee, ein Messer. Warte, jetzt muss ich mir das mal kurz angucken. Wollen wir mal gucken? 5 bis 19, das andere hat 6 bis 15. Du liest global damage, stocked fire games, physical damage, intelligence, lightning damage, two spells. Ich glaub, das wär eher was für dich. Ja, ich brauchst du mal nicht unbedingt. Ähm, und ich hab noch was gefunden. Hm, gleich, gleich, gleich. Ah, ich glaub, ich nimm's doch. Ich glaub, ich nimm's doch. Ja, ja, ja. So, was hast du gefunden? Guck mal, hier drüben, das ist ein Typ, den kannst du anreden. Wer ist er denn? Der Haku. Haku, der Amor Master. Ich glaub, da müssen wir auch hier rein, dann noch. Hier runter. Oh, Quatsch, der viel, ey. What, Reputation? Aha. Goodbye. Nee, wir müssen jetzt erst mal zu der Wand. Das ist jetzt so eine Nebenversion. Ah, okay. Sidequest, alles klar. Die, 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 so, da ist die Wand, genau. Ihr wollt mal hin. Ach, derzeit hat er automatisch gemacht. Talk to Darklight. So, aber bevor wir jetzt zu Darklight wieder zurückdackeln, können wir jetzt die Nebenversion machen. Na, deine Attacke. Da bin ich dabei. Das ist Pri. Moment mal, haben wir uns verlaufen? Kannst du sagen, die kamen doch gerade von hier, oder? Habe ich auch den Eindruck. Ich glaub, ja, Orientierung. Oder halt auch nicht, ne? Ja, Orientierung wie eine Bockwurst. Aber alle Bede. Ich glaub, wir müssen, wenn dann, eher ein bisschen nördlich, oder? Oh, hier die ganzen Sachen, ja. Ah, nee. Ich glaub, wir müssen ein bisschen nach oben. Ach, der ist ja, ja. Das hast du dir die XP geschnappt, ja? Ja, wie Voco. Hm. Ob wir kriegen wir beide, wenn wir zusammen... Echt? Ja, ich denke, ich denke schon. Ah, hier. Warte, warte, ja. Ah. So, klären. Gut. Hallo? Ah, jetzt. Okay. So, und die Mudflats. Ah, nee. Da kommen wir hin. Hier sind wir noch feinste Kaui-Spirit. Okay. Hui. Du hast die Levels. Oh, hier. Thaddeus Tantakel wieder am Start. Zack, 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 zack. Ja. Don't mess with the tank. Bam, bam. Ganz ruhig. Hier in der Höhle hört sich das natürlich noch mal ein bisschen krasser an. Ja, na ja, freilich. Zack, da ist nix. Ah, ja, ich kann ja... Warte. Jetzt sind wir mal kurz hier. Mach mal. Mach ganz in Ruhe. Die, die, die. Da, da, da. Also nochmal zur Erklärung. Wir sind gerade unterwegs, haben eine Quest erfüllt. Haben jetzt unterwegs aber noch eine Side-Quest entdeckt. Und, äh, konnten nicht umhin und mussten unbedingt in die Höhle stolpern. Genau. Weil, liegt ja praktisch auf dem Weg. Machen wir gleich mit. So, okay. Alle klar, über die Brick. Ja, ne? Jo. Oh, da lache. Da lag nix. So, bam. Bam. Krass. Oh, eine schöne in Ausgelevelt hier. Ach, da sind ja noch die Kleinfieger. Die sind wir ja gar nicht hier. Die sieht man kaum noch. Ja. Zwischen den ganzen Leichen. Warten wir mal. Hier, mal gucken. Bloß nix liegen lassen. Und Thaddeus. Ach, die. Die geben wir ohne eine mit. So. Oh, wo rennigt der denn? Ja. Ich hab grad auf den Chat geguckt. Deswegen. Di, 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 di. Batz. Batz. So, die kriegen alle in der Uf hier. Getachtet hier. Wunderbar. Äh, jo. Okay. So. Ich glaub, das passt. Jo, immer zurück und über die Brücke. So. Ah, da kommen sie. So. Gingen alle in der Uf gedrückt hier. Ach, der ist ja immer noch nicht down. Okay, die dicken sich. Ah, okay. Ah, okay. Oder auch nicht. Ah, wie ein Labyrinth hier. Barrowed Blade. Ah, totaler Mist. Oh. Das leuchtet. Oh, die leuchtet. Ja, macht das. Klingt trotzdem in den Knei. Ich hab grad irgendwas geschossen oder so. Ah. Oh. Oh, Entschuldigung. So. Ah, jetzt aber. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, hier alles voll. Alles voll. Alles voll. Was haben wir hier? Ach, so schnell. Ein Wetzstein. Improves the quality of a weapon. Aha. Zack. Okay. Hier ist nochmal. Oh. Armor. Oh, mediumaler Flasche. Hier, ich hab was für dich. Warte, warte, warte. Cool. Ja, ich hab auch was für dich. Warte. Pass auf. Oh. So. Ist gesund. Äh, hier, guck mal. Ich hab auch was gesundes. Äh. Armor 58. What the f- Oh. Oh. Äh, 58. 10 zur Stärke. Armor. That reflects. Increased armor, armor resistance recovery. Äh. Äh. Nimmig, würd ich sagen. Nimmig. Das steht mir richtig zu, wie ich sie. So. Äh. Ist das richtig, dass du die Manaflash weggeflaggt hast? Ja, das ist die kleine. Ja, wolltest du nicht mehr haben. Okay. You're born to fight. Ah, ich hab sogar zwei Levelpunkte jetzt am Start. Warte mal, hier war doch irgendwo. Curacy. Risk Maximum Life. Strength. Dexterity. Da lang. Äh. Da kann ich nicht lang. Hallo? Geht nicht. Bei mir steht auch zwei Refund Points left, aber ich konnte nur einen verteilen. Okay. Der Beschuss. Hier steht immer noch einer. Am Start. Hä? Ich verstehe nicht. Nee, ich hab so nicht kapiert. Warte. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt so. Gut. Oh, guck mal hier. Oh, okay. Den haben also gesucht. Was denn jetzt? Äh. Nee, das ist wieder so eine Eigenschaft, ja? Wir müssen den zurückbringen. Wohin? Na, zu dem Typen. Ach so. Oh, ja. Na, dann sollten wir uns beeilen, ne? Bevor der, naja, kaputt ist oder so. Bevor das abläuft wieder. So, dann mal gucken, ob wir jetzt auf Anhieb hier den Weg finden. Ja, ja, ich, 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 ich... а, ich, 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 ich... Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017